Ja, jetzt ein Saisonbeginn 2015-16 und es läuft immer noch super gut, der Münchner Dipferl. Ja, Spezialausführung, Spezi, Dipferl, Spezi, Dipferl, Spezial. Ein paar Varianten, schaut alles sehr kompliziert aus und man muss ein gutes Gedächtnis haben am Anfang, bis das automatisiert ist, dann geht es von selber. Aber das dauert sehr lange. Bei mir ist es selten, da durchzuhalten, weil meine Gedanken abschweifen und dann weiß ich auf und mal nicht mehr weiter. Aber die wissen das, die machen das teilweise schon, naja, 50 Jahre. Also die Dame rechts hat mir erzählt von einem Vorfall 1974, wo ich mich mal daneben benommen habe. Also das weiß ich noch. Also so lange machen die das schon. Und Schlusskratzer!